So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, wir haben gerade die Raid-Stunde noch gespielt, also die Raid-Mania. War wieder mal richtig genial, war wieder sehr spannend, viele Einladungen bekommen, es hat Spaß gemacht, viele Interaktionen. Drei ganze Shinies gab es, drei Shinies, sehr näher ist in der Raid-Stunde bei mir. Das ist cool, da werde ich noch einen Screenshot anposten. Und, Pogand hat mir gleich gesagt, Teil 2 vom Halloween-Event ist angekündigt, deswegen mache ich jetzt direkt nach der Raid-Stunde gleich die Infofolge dazu. Teil 2 des Halloween-Events bringt noch mehr Süßes und Saures. Wieder mal ein sehr schönes Bild hier zu sehen, mit Irbis vor allem drauf und hier Wulpix und Volnona, hier fliegt noch ein Gengar durch die Gegend. Sehr cool, dieser Umhang oder diese Halskrause, was Wulpix hier gerade hat. Was ist das genau, was erwartet uns sonst noch? Trainer, es ist höchste Zeit für Teil 2 des Halloween-Events in Pokémon GO. Morgen beginnt übrigens Teil 1, also morgen 10 Uhr geht Teil 1 los, Giratina in den Raids, Mega Barnett in den Raids. Den Rest habt ihr im Teil 1-Video gesehen oder geht halt nochmal auf die Pokémon-Go-Live.com-Seite, da seht ihr das. Oder guckt morgen einfach in-game mal in die Neuigkeiten, was da steht. Im Heute-Tab steht alles dabei. Ähm, das sehen auch einige Pokémon so, die sich extra für das Event gruselige Kostüme zugelegt haben, die es bisher nicht in Pokémon GO gab. Doch haltet die Augen offen an Halloween, weiß man nie, was alles in der Dunkelheit lauert. Teil 2 des Halloween-Events in Pokémon GO. So, von Donnerstag, dem 27. Oktober um 10 Uhr bis Dienstag, den 1. November. Also insgesamt war ja bekannt, dass bis 1. November das ganze Halloween-Zeugs läuft, dass zwei Wochen geht und ihr eine Woche das, eine Woche das habt. Denn am Donnerstag, morgen geht Teil 1 los und Donnerstag darauf am 27. eben Teil 2. Auch um 10 Uhr wieder der Wechsel, wo auch die Giratina-Form von der Wandelform zu Urform wechselt. Morgen also das Dicke mit den Beinen und in der zweiten, im Teil 2, dann das Fliegende. Nicht vergessen, Teil 1 läuft von Donnerstag, 20. Oktober, 10 Uhr bis eben zum 27. 10 Uhr. Es steht ja alles auch nochmal hier. Ihr könnt selber alles, was ich sehe, könnt ihr selber auch nachlesen. Ihr müsst nur einfach auf diese Seite, so wie ich auf die Seite gehe. Pokémon-Debüts. Wulpix mit Gruselfest-Kostüm, Wulnona mit Gruselfest-Kostüm, Gengar mit Gruselfest-Kostüm, Irrbis mit Gruselfest-Kostüm und Pamp-Gin mit Gruselfest-Kostüm erscheinen erstmals zum ersten Mal in Pokémon-Go. Ach du meine Fresse. Wulpix gab es ja bisher schon als Shiny, dann jetzt also mit Kostüm, wo man dann auch Wulnona durchentwickeln kann. Ihr bräuchtet also zweimal Wulpix mit Kostüm, dass ihr auch Wulnona im Kostüm habt. Gengar erscheint direkt so, aber ich glaube nur in Raids, so wie das unten dann ausschaut. Gengar auf jeden Fall hat ja schon mal ein Halloween-Kostüm gehabt, kriegt jetzt nochmal dieses Kostüm. Mal gucken, ob man da wirklich raiden muss, aber fällt mir jetzt auf. Irrbis mit Gruselfest-Kostüm. Irrbis ist ein Pokémon, das wurde eingefügt, eingeführt, ist jetzt zurück direkt mit Kostüm und wird als Shiny eingeführt mit dem Kostüm. Das heißt, wenn das Event weg ist, dann sind wahrscheinlich auch die Irrbisse weg, aber ab dann ist Irrbis als Shiny verfügbar. Das heißt, hier mit Irrbis haben wir ein komplett neues Shiny, was leider jetzt erstmal mit Kostüm da ist, aber wohl auch mit Kostüm ihr es entwickeln könnt. Anders wie bei Elezeber, das war ja mit Kostüm im Event, man konnte es nicht entwickeln. Nach dem Event hatte es kein Kostüm mehr, konnte immer noch Shiny sein und man konnte das Shiny dann entwickeln. Zu Zebritz. Hier ist es anders, hier könnt ihr das Kostüm direkt durchentwickeln, dann braucht ihr eigentlich die ohne Kostüme gar nicht mehr. Also nutzt die Chance jetzt. Bullpix, Gengar, Irrbis. Auf die drei kommt es an und dann immer die Entwicklungen davon fertig. Also Gengar ist schon die Entwicklung. Das ist auf jeden Fall vieles, aber das ist Teil 2. Wir müssen Teil 1 erstmal irgendwie hinter uns kriegen, wo ihr hauptsächlich Eier brüten müsst und Feldforschung und machen und so Zeug. Befristete Forschung. Zusätzlich zur Spezialforschung für alle Trainer können die während des Events auch Tickets für befristete Forschung in dem Shopper werben. Ticket für 1 US-Dollar. Eine befristete Forschung für den Abschluss erhaltet ihr Makabaya, mehreren Makabaya. Ticket für 5 US-Dollar. Ein erhöhter Bonbonbonus, zusätzliche Halloween-Aufgaben und Avatar-Artikel. Also ihr kauft euch ja sozusagen dann Avatar-Artikel und irgendwas mit der Pose stand ja auch irgendwo noch. Ihr könnt eines der Tickets oder beide kaufen. Die Aufgaben der befristeten Forschung unterscheiden sich je nach Ticket. Ich habe mir bisher eigentlich immer alles gekauft in Pokémon Go, aber... Die machen ja schon wieder nur Faxen, Geldmacherei und so Zeug. Die befristete Forschung läuft nicht unbegrenzt. Ihr müsst vor Dienstag, dem 1. November, 10 Uhr die Aufgaben abgeschlossen haben und die Belohnungen abgeholt haben. Also Spezialforschung rechts, unendlich, befristete Forschung links im Event-Zeitraum. Merkt es euch. Ihr könnt das Ganze wieder natürlich verschenken. Ihr könnt Tickets euch kaufen, ihr könnt Tickets anderen kaufen, Tickets verschenken. Und irgendwie gibt es ja wahrscheinlich auch diese Pose, aber eben nur mit Ticket, wenn man das irgendwie abschließt und kauft bei dem 5-Euro-Ding mit drin. Wenn das jetzt anders ist, dann weiß ich es nicht. Vielleicht steht hier wieder was anderes. Spezialforschung, dies auf jeden Fall für alle, dies auf jeden Fall kostenlos. Assistent Professor Wille und Rie assistiert Professor Wille und Rie bei einer Spezialforschung rund um Halloween, um mehr über Makabaya und Gala Makabaya in Erfahrung zu bringen. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Gala Makabaya in Pokémon Go begegnen. Die Spezialforschung kann vom Donnerstag, dem 20. bis Dienstag, den 1. November, abgeholt werden. Also die Spezialforschung beginnt morgen schon, die ganzen zwei Wochen vom Halloween-Zeitraum. Also diese Sachen, die hier oben sind, diese Pokémon, aber nur im zweiten Teil, ab 27. Und die Tickets, ja die Tickets für die befristete Forschung, müssen wir mal gucken, ob die auch schon im ersten Event-Zeitraum gelten oder erst im zweiten. Das haben sie ja wieder mal sehr schlau gemacht. Ich glaube, das ist alles durcheinander. Gut. Eier. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7 Kilometer Eiern. Zudem könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden FM in Pokémon Go begegnen. Es besteht eine erhöhte Chance auf schillernde FM aus Eiern. Das sind ja dieselben Eier, die wir schon gesehen haben. Das heißt, hier gibt es auch die kompletten zwei Wochen wahrscheinlich. Nicht nur im ersten Teil, auch im zweiten Teil. Shiny Makabaya, Shiny Gala Makabaya, was für viele das Interessanteste wohl dann sein wird. Zusammen mit Shiny FM. Paragoni, gut für GBL. Golbit, einfach nur ein Pokédex-Eintrag, denke ich mal. Wilde Pokémon. Diese wilden Pokémon erscheinen häufiger. Hier haben wir jetzt einen Unterschied von Teil 2 zu Teil 1. Pikachu mit Halloween-Shabana-Kostüm. War, glaube ich, im Teil 1 nicht mit drin, oder? Auf jeden Fall Wulpix mit Gruselfest-Kostüm gibt es nur im Teil 2. Dann habt ihr jetzt Superdapolo Weberak, Kramurks Traunfugil, Zobiris, Schuppet, Zwirklop, Plinfa mit Halloween-Shabana-Kostüm. Den Hut gab es schon mal, diesen Kürbishut. Wohl auch jetzt nur im Teil 2, nicht in Teil 1. Makabaya, Golbit, Paragoni, Irbis mit Gruselfest-Kostüm. Teil 2. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was im Teil 1 überhaupt war. Das ist am besten, man guckt sich das auch nochmal alles an. Was ist hier am interessantesten? Wer noch keinen Pikachu hat, vielleicht für die Sammlung, dass man mal alle Pikachus hat. Wulpix ist sehr schön, dass man sich das hier holen kann in Irbis. Also Wulpix, Irbis, okay. Ihr seht, Gengar ist nicht da. Gengar ist nicht da. Wir haben Wulpix, Irbis, genau. Die können sie entwickeln. Und Gengar haben sie versteckt. Gengar gibt es nämlich dann weiter unten. Updates zu Avatar-Artikeln. Für dieses Event haben wir die unheimliche Pose bearbeitet. Das kennt man ja auch schon, dass die jetzt mit der schlirrenden, schleichenden Bewerbung nach vorne geht. Dann gibt es hier Artikel, wo ihr euch wie ein Zirrklopp gleiten könnt. Mit Haarschmuck, Mütze und Ganzkörperkostüm. Also so mumienmäßig. Die Pose habe ich nicht. Werde ich mir jetzt dann wahrscheinlich auch nicht hören. Lavantia-Musik ist auch während des ganzen Events zu hören. Event-Boni, hier die doppelten Schlüpf-Bonbons, doppelte Fang-Bonbons, doppelte Verschickt-Bonbons. Das ist auch alles genau wie im Teil 1 noch mit drin. Hier seht ihr jetzt dann Giratina in der Urform, was auch Schemenkraft kann. Das können eben beide Giratinas lernen. Beide bekommen Schemenkraft. Aber, ja, das Giratina bleibt natürlich länger als bis zum 1. November, aber kann nur bis zum 1. November dann die Schemenkraft-Artikel bekommen. Giratina, die von Donnerstag, 20.10 Uhr bis Dienstag, 1. November gefangen werden, beherrschen die Attacke Schemenkraft. 120 und 140 Schaden, Trainerkämpfe 120, Arena-Kämpfe, Raid-Kämpfe 140. Das klingt alles schon wieder richtig erdrückend und richtig viel. Jetzt habt ihr hier das andere Bild, vorhin habt ihr das gehabt. Also im Teil 2 kommt die fliegende Made. Merkt euch das. Trotzdem, die Attacke ist nur bis zum 1. November, bis zum Abschluss des Halloween-Events verfügbar. Wenn ihr dann Giratina habt nach dem Event, haben die diese Attacke nicht mehr. Das lese ich so raus. Raid-Kämpfe, Raid-Kämpfe der Stufe 1. Zubiris, Felilu, Makabaya, Galamakabaya, Paragoni. Wer also das neue Galamakabaya möchte, kann das aus den Raids sich fischen. Dann habt ihr Raids der Stufe 3. Nochmal Paragoni, das muss ein Fehler sein. Ja, Paragoni, Piondragi, Driftzeppli mit Halloween-Shabaner-Kostüm nach Tara und Gengar mit Gruselfest-Kostüm. Driftzeppli ist, glaube ich, auch vom Vorjahr. Muss ich mal gucken, ob ich da einen Scheini mit dem Hut habe. Ansonsten sehe ich ja schon, man muss für Gengar Raids machen. Man muss für Gengar Raids machen, um dieses Gruselfest-Kostüm zu kriegen. Und Galamakabaya könnt ihr trotzdem ja auch aus Feldforschungen und Eiern kriegen. Raid-Kämpfe sind natürlich dann das Giratina in der Urform und Mega-Banett, auch im zweiten Teil Mega-Banett noch dabei. Sehr schön. Gengar ist auf jeden Fall fett für die Sammlung, das möchte man eigentlich mitnehmen. Der Rest, ja, ne, nicht unbedingt. Pokémon bei Feldforschungen. Da habt ihr noch einen kleinen Lichtblick. Pokémon bei Feldforschungen, ihr könnt ja auch Pikachu bekommen, Wulpix bekommen, Schuppet, Plinfa mit Halloween-Shabaner-Kostüm, Zwirlicht, Makabaya, Galamakabaya und eben auch wieder Paragoni. Galamakabaya, ja. Das finde ich jetzt schon richtig genial. Außerdem gibt es Mega-Energie für Absol und Gengar aus Feldforschungen, wenn ihr diese abschließt. Und sonst steht ja weiter nichts. Weiterhin also FM nur aus 7 Kilometer Eiern. Ihr müsst also FM brüten und ihr müsst Gengar aus dem Dreier-Raid ziehen. Alles bisschen viel, glaube ich, oder? Ist das viel? Habt ihr Durchblick? Habt ihr Ziele? Freut ihr euch auf Teil 2? Welchen Teil findet ihr besser? Teil 1 oder Teil 2? Es kommen so viele Kostüme noch hinzu. Ich glaube, Teil 2 bietet mehr als Teil 1. Weil Teil 2 das gleiche bietet wie Teil 1, aber noch mehr obendrauf. Deswegen, ich finde Teil 2 besser. Und FM, ja, wird wahrscheinlich bei mir nichts. Mir fehlt auch noch Galapafloss. Weil sie das auch damals in die 7 Kilometer Eier gepfropft haben. Und wenn es keine neuen Boxen gibt mit ganz viel Brutmaschinen für wenig Geld, dann wird das wohl bei mir eh auch nichts werden. Also, nein. Dann bin ich geduldig, bis es irgendwann bei einem Event überall an jeder Ecke sitzt. Und dann machen wir es so. Ihr seht, die Spielart und Weise ändert sich. Ich war einer, der wollte immer alles sofort haben, hat sich so einen Arsch aufgerissen. Aber jetzt, in letzter Zeit, sag ich, lieber ein bisschen chillen, lieber mal einen Gang runterfahren. Und dann ist die App tot, weil nichts mehr passiert. Das war es von meiner Seite aus. Ich würde gucken, dass ich ein paar Gengar Raids mache für das Kostüm. Und, ja, das Galamakabaya vielleicht irgendwie ranziehe. Vielleicht auch mit kleinen Accounts. In der ersten Woche Galamakabaya vielleicht Raiden mit den kleinen Accounts. Und in der zweiten Woche Gengar Raiden mit den kleinen Accounts. Das sind eigentlich meine Ziele. Giratina habe ich schon alles fertig. 200er auf Level 50. Also, das passt. Was sind eure Ziele? Schreibt es mal rein. Peace out for Haut. Und euer Ramses.